Eine perfekte Lippenbehandlung ist bei uns mit unterschiedlichen Techniken verbunden. Hier eine etwas ältere Lippe oder eine Lippe von einem Patienten, die etwas älter ist mit Echaluronsäuremangel. Und ich denke auch hier bekommen wir ein faszinierendes Ergebnis mit Mundwinkelanhebung. Und die Patientin lächelt, als sie das Ergebnis sieht und ich denke wir können davon ausgehen, dass sie zufrieden ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017